Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem Kätz-Video. Zu dem zweiten Kätz-Video. Ja genau Leute, letztes Mal war ich auf einem anderen Account. Ich und ein Freund, oder besser gesagt ein Freund, hat mir seinen Account gegeben. Ja, auf meinem, auf meinem alten, auf dem wir letztes Mal gespielt haben, wo ich probiert habe. Aber ich kriege den unten nicht mehr zurück. Nein. Wir haben Scheiße durchgezogen, Leute. Wir haben Scheiße gebaut mit unserem Account. Ja, und ich hatte Glück und habe einen ganz alten Account zurück. Egal, wenigstens habe ich einen Account. Er hat seinen zweiten Account leider nur bekommen, aber wenigstens etwas. Ja, einfach hin. Leute, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, das Video schneidet eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde. Es muss noch hochladen und rändern und so. Das muss auch noch. Das kommt auch noch dazu. Also, ich würde sagen, glaube ich, eine Stunde dauert. Hier ist der ganze Hase. Vielleicht sogar zwei Stunden. Und dann kommt ein Video raus, da das, ähm, was haben wir nochmal gespielt? Was wäre wenn Challenge? Ja, was wäre wenn? Wir haben gesagt, bei 5 Likes gibt es noch ein Part. Und ja. Ja. Und ab 5 Likes bei mir gibt es auch nochmal den nächsten Part von Kids auf diesem Account. Vielleicht snack ich mir... Ich würde sogar zwei machen. Ja, vielleicht snack ich mir sogar noch einen Account von einem anderen und spüre dort noch eine Runde drauf. Ja, die bei mir ist auch vielleicht sogar. Stimmt, ich habe ja noch deinen Account. Ja. Ja. Könnte ich dann mal nächste Folge machen. Ja. Aber erstmal muss ich bei mir selber fahren. Ich habe hier eine recht gute Pyramide mehr gebaut, ne? Ja. Ich muss nur immer zwei Schüsse von einer Rakete überleben. Mal gucken, vielleicht kann ich ja bei dir meinen... Dein Account. Ja, hier. Das soll ich schaffen. Zack. Watz. Stecken. Ja. Ich bin auch dabei von dem Angezurrchen. Ja. Was machen wir denn? Ich bin scheiße. Wenn ich gucke, weiß der Scheiß. Oh, nein. Der hat Doppel-Laser. Ich weiß, ich würde da umkippen. Nee, ne? Der hat nämlich einen Rückstoßer. Das wäre riskant, aber nee, das tue ich nicht. Ja, den Easy Good Game. Bats. Der Laser überträgt bei mir. Soll ich Doppel-Laser machen? Ach, doch. So, ich teste mal, wie das noch ist. Ach, scheiße, Alter. Scheiße, Mann. Schweiß, scheiße. Es rendert gerade bei 30%. Oh, fuck ja. Nee, wer hat meine Rocket... Rocket League? Uh, ich habe... Furt. Gesicht. Auf. Gesicht. Hallo? Gewicht. Sag das in deinen Videos nicht in meinen. Du hast doch gerade... Nicht was, Leute? So, Scheiße sagt man nicht. Außer Scheiße darf man sagen. Du bist scheiße. Oh, nicht was? Und das darf man nicht sagen. Leute, sagt das nicht. Doch, 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 Leute. Das müsst ihr nachsagen. Nein. Guck mal, guck mal, ich werde mal so easy gewinnen. It's to lose it from my life. Ah, ah. Ja. Ich ruhe mich aus, Leute, ich gehe aufs Pen. I have a break time. Geh auf Teppich, schlaf nicht auf meinem Bett, ey. Runter von meinem Bett, ey. Schön auf Teppich. Nein, das liegt, dass ich auf Teppich, ey. Was für ein Isler. Kämpfe man in den der Meister, sagst du, da werden wir so oder so keinen einzigen gewinnen. Wir hatten natürlich mal zwei Schüsse von dem auch. Äh, in der Abfalle. Walla, 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 ich werde hier was Rinkes weggekriegt, ja? Ja, die sind da auf die Stecker, ja? Äh. Ich bin ein bisschen schlauer als du. Du, da steht fest, okay, Leute, nee, kein Bock. Oh, kein Bock auf diese Scheiße. Ah, oh, geht nicht gut. Eigentlich auch viel Scheiße. Weiß, weiß, weiß. Dann geht's auch Kels zocken? Ja, noch gleich im Video. Nee, ich hab Anke Bock. Er hat Angst, ja, Leute. Schreibt alle Hashtag Jan der Angsthase in die Kommentare. Was für, ich hab einfach keinen Bock, Junge, weil das Wissen auf den Lämmus. Leute, in die Chat. Hashtag Jan Angsthase. Guck dich jetzt mal an. Dein Gesicht. Oh, can we be? Can we be? Beat it's company. Was, was, was? What the? What the? Ach, Quack, Jan, Jan, was soll das? KF? Hä? Ja, genau. Er beschuldigt mir, der... Kleiner Spocki. Schwicht einfach. Ach, wieso hast du selbst was, Jan? Ja, du, aber du. Du hast ja Patrick. Patrick, der... Der... Der Toe-Dealer unter dir. Der, 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 der Spongebob. Patrick Gang, unter dir sticht in dein Gesicht rein, so wie Gangtätowierer. What the? Freaking Banana. Walk me alone, now walk me alone. I'm out of here and the sp告 kep. Ist llegar GC Indembobob. I will be afraid. uberys. Barres. Bleскую. Mm. Don't worry. Clement, can put. Papa, es taise'lle eggs queroası. Ich hab mir das so angreifen, wenn ich dich spiel. Schau auf, raus. Jetzt kriegst du so, und dann stichst du so, und dann... Jetzt gibt's meine Kerbe! Ich mein Maul! Alter Maul, Digga! Alter Maul! Was hat dir denn jetzt schon wieder geschissen? Was hat jetzt Dominik wohl genommen? Schaße! Zum Glück wie Deutsch! Schaße! Ich muss drehen, da drehen wir auf den Menschen. Zum Glück wie Deutsch! Scheiße! So gut wie er Deutsch kann, ist Scheiße! Ja, da hast du richtig gehört. Zu gut Deutsch, Scheiße! Das sagt du jeden Tag. Nee! Ich sag nur zu gut Deutsch, Scheiße! Okay, Scheiße! Scheiß, Scheiße! What the fuck is your problem, man? My problem are you. Nooo! Nooo! My problem are you up with this shit, man! I tell you now! I fucking are you! Nooo! Fuck girl! Leute, wir machen noch ein, zwei Kämpfe, dann beenden wir dieses Video. Dieser kleine Kerl, da nervt mich. Könnt ihr alles ihm verdanken. Nein! 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 Nein, nein! Land aufs, Digga! Was muss man? Was hast du denn heutzutage für eine Schweißscheiße? Es kommt vielleicht noch irgendwann Musikvideos raus, tschüss. Was? Musikvideos. Ein, 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 ein Musik. Wir machen Musik. In meine, in meine Kacke. In meine Kacke. Was? Wieso sagst du Kacke, Jan? Wieso? Ich hab nicht so eine Stimme wie Erdiger. Henry B. Sag es bitte nicht nach, was er labert. Das müsst ihr mal ihm da sagen. Guck mal, jetzt legt, aber ich gucke in diese Folge. Hey, meine, meine Kacke. Warte, ich muss kurz raus. Nein, Jan, ich kacke. Okay. Gekattet. Okay, Leute, ich hab da nicht gekattet. Ich hab da gesagt... Tralalalalalalalalal. Tralalalalalalal. Tralalalalalalal. Was? 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 Du kleine Ananas. Meines Tragen. Schieß meine Socken. Schieß meine Kacke. Dann... Dann... Weck mal nicht vor uns. Okay, Leute. Ich will nur sagen, das war's mit diesem Video. Nein, 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 nein. Das ist das nicht. Nein, nein. Es gibt noch ein, zwei Kämpfe, okay? Einen Kampf gibt's jetzt noch. Einen Kampf. Einen Kampf. Um zu testen, ob dieser Wagen jetzt endlich mal gut ist. Nein, ist er nicht. Ja, ich brauch eine Walze von dran. Okay, Leute. Ich will nur sagen, das war's mit diesem Video. Haut rein und ciao. Leute. Auf Wiedersehen.